Ich bin Cheryl Green am Set, Regisseur Theo von Asmuth, der auch schon Find Your Fate gedreht hat heute nun und mit Cheryl als Assistentin auch hier dabei. Er hat auch schon den Films to Find Your Fate gedreht, wie gesagt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017